Musik Hallo und herzlich willkommen hier bei meine QuickTips. Heute möchte ich mal über Angst sprechen und wie man Angst erobert. Also der erste Tipp ist, um stärker zu werden, muss man bestätigen und erkennen, dass man eine Angst hat. Dann legen Sie die Angst in den richtigen Perspektiv. Also dann überlegen Sie so ein bisschen über die Angst, denken ein bisschen drüber nach und dann begreift man auf einmal, ja, der schlimmste Fall, ist das eigentlich so schlimm? Sehen Sie, ein objektiver Blick auf Ihre Angst kann öfter überraschend enttäuschend sein. Und nur dann kann man auf einmal sich die Alternativen anschauen. Ja, und Tipp 2. Sie sollen sich nicht über diese Angst beunruhigen und besessene Gedanken machen. Konzentrieren Sie sich eher auf positive Alternativen. Erklären Sie für sich selbst, diese Angst zu besiegen. Und Tipp Nummer 3. Ergreifen Sie Maßnahmen. Akzeptiere die Angst und verpflichten Sie, sich um dies zu erobern, durch positive Gedanken. Vergessen Sie nicht, Untätigkeit macht mehr Angst. Überlegen Sie, wie kostengünstig die verpassten Chancen sind wegen Ihrer Angst. Das schockiert. Erwarten Sie im Anfang auch unbeholfen und ängstlich zu fühlen. Das ist ganz normal. Aber es verschwindet mit der Zeit. Und Tipp Nummer 4. Klemmern Sie bitte nicht zu Ihrer Illusion von Sicherheit. Das ist ein Riesenfehler. Lassen Sie los und haben Sie Spaß. Das Leben ist doch super. Nur wenn Sie das machen, werden Sie auf einmal merken, wie viel einfacher das Leben wird. Und der letzte Tipp. Ganz am Ende. Und dies ist sehr, sehr wichtig. Belohnen Sie sich, dass Sie diese Angst erobert haben. Wieso? Tja, es macht es viel einfacher und angenehmer beim nächsten Mal. So einfach ist das. Also bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Musik Musik